Ich bin hier etwas vorbereitet, du musst das alles gut finden. Okay. Und nicht erst erschrecken, sondern erst mal gucken, bevor du dich erschreckst. Gefällt mir nicht, dass du das sagst. Das Spiel versucht zu joinen, aber der kommt nicht. Und der muss sich gleich mal angucken, ob das so was zu gut verhält heißt, was ich gerade gemacht habe. Aber guck mal, guck mal die Teams an, guck dir die Teams an. Also jeweils zwei in einem Team, aber auch gegeneinander. Genau. Was hältst du davon? Auf Jütenheim? Was? Auf Jütenheim, das ist das Selbstwort. Wir können auch eine andere Map nehmen. Eine Map, wo wir dann direkt nebeneinander sind? Oder was meinst du? Ja, sowas. Wo wir zwei zusammenarbeiten gegeneinander, ja. Das ist also dann eher sowas wie Mittelmeer? Ja, sowas in der Art, ja. Dann hätten wir eine verteidigung bei dir, eine verteidigung bei mir sozusagen. Ja, ja, ja. Und wer möchte ich uns denn töten? Nö. Das ist verteidigende KI. Wir haben gerade gegen eine legendäre gewonnen, ne. Und das sind halt auch, die kämpfen halt auch gegeneinander, ne. Hab ich gesagt, vielleicht mal ganz lustig. Das ist ja auch mal dann so. Ich meine, wir können uns auch noch ein Team rausnehmen, wenn du sagst ein Team weniger oder so. Na, wir können dann probieren. Mal so ein bisschen eine Challenge mal, oder nicht? Ja. Ich spiele nur so überhaupt nicht begeistert. Alles gut, ne. Ne, jetzt mal ernst, wenn du sagst, du willst zwei weniger? Nein, 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 nein. Okay. Und die Web ist auch riesig, hab ich gemacht, ne? Mhm. Ja? Ja. Sollen wir ein bisschen mehr Startstoffe haben, dass wir einfach so ein bisschen schneller auf Early ist machen? Ja, schon mal ein bisschen. Nur einen höher einfach. Ja. Aber gegen einen und nicht gegen sechs. Ja, trotzdem sind ja nicht alle gegen uns. Die Mann sind ein Team, die Mann sind ein Team, die Mann sind ein Team. Das heißt, in dem Fall sind das halt im Prinzip gerade aktuell vier Teams, die miteinander spielen. Ne? Das heißt, Spiele und ich können uns da auch in gewisser Weise vielleicht raushalten, dass sie vielleicht gegenseitig töten. Davon abgesehen, sind die halt auch nicht so krass offensiv. Also sind halt defensiv, ne, KI's. Ist ich bereit? Hm. Ja. Mitteln, ich hab jetzt einfach so ein Mittel gemacht, ne? Mhm. Andi sagt, wait, ich muss noch was warten. Ich kann einfach nicht für den Start tragen. Oh. Die Map Schwierigkeit auch... Ja, das ist automatisch. Ja, nein, das kann ich auch ändern, aber es bringt ja nichts. Das ändert nur dann was, wenn ich hier auf Lobby-Einstellungen verwenden drücke, dann würde der die Schwierigkeit nehmen. Ja, Manni. Das ändert daran nix. Da brauch ich mir nicht bei jedem Einzelnen eingehen, wenn man jeden gleich machen würde, zum Beispiel. Mach ich aber trotzdem mal lieber. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich mach's. Ich mach's mein Weg. Okay. So, wen krieg ich denn jetzt? Das ist der liebste Fall. Der Hades. Hades. Hades Schmades. Boah, Alter, wir haben zwei Wikinger als Gegner und vier Atlanter? Ne, drei Atlanter. Und einen Ägypter. Drei Atlanter, einen Ägypter und zwei Wikinger. Okay, aber die Wikinger sind aber auch gegeneinander. Naja. Tja, bitte. Naja, bitte. War ich in unserem Moment, Teg, bitte. Vist du, bitte. Bist du, bitte. Ich musste nur anfangen, also ich bin gerade auf mit den Ressourcen, du musst ja gerade nur Gold farmen, dann kannst du den Tempel bauen, also das wirklich gehe ich hier auf jeden Fall. Was? Wir haben ja so viele Ressourcen gerade. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe ja viele Ressourcen, ich habe ja die Stadtressourcen auf Mittel gestellt. Ja, das wird 100 Ressourcen mehr als sonst. Ja, macht sehr viel aus, Tobias. Prostagma. Proseche. Etne. Tekton. Leje. Tekton. Die ersten beiden Sinsenzeitleiter. Sure. Super. Sind die so gerastet? Prostet hier. Malstand. Ja, irgendwie natürlich schon. Aber... Also hier ist ja ein Gegner, da wird ein Gegner sein. Also ein Team sein, da wird ein Team sein. So, das heißt, die hier oben werden ja 10 Cent links oder rechts. Das heißt, die würden wahrscheinlich spielen und die würden wahrscheinlich ähnlich angreifen. Das wäre schon sehr unrealistisch, dass die von allen Seiten zu uns kommen. Aber natürlich ist das machbar und wirklich logisch, ja. Alter. Was denn? Wir sind so im Raschner. Alter. Einer noch nicht, im zweiten oder so. Hä? War alles schilch. Rosche hier. Tektor. Gehst du schon in zweiter? Nein. Okay. Uff, okay. Na, aber die werden ja auch nach oben gehen können. Die können auch nach oben gehen. Das heißt, es ist ja in einem... Also typisch können die sind dieses Jahr im Mittelmeer, in der Mitte. Na, die können natürlich auch sagen, die gehen da einfach nochmal rum und laufen direkt zu uns. Natürlich ist das eine Möglichkeit. Ähm. Wie jeder aber nicht so smart von denen. Was? Wie jeder aber tanzt ja nicht so smart von denen. Diese Punkte, ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt. C-Rift-D. C-Rift-D. Ehm. Wenn sie uns töten, dann ist das Spiel vorbei, ne? Nein. Tekton. 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 Ich bin bereit. Prozeche, ne. Etas. Lege. Fritomas. Prozeche. Das ist auch schon so. Sehr schön, sehr schön, ich bin eine sehr schön, sehr schön. Das ist wichtig. Hm. Prozeche? Prozeche. Prozeche, ne. Deco. Ich hätte gerne mal kurz mal geguckt, wie es bei dir so aussieht. Weil theoretisch könnten die ja auch irgendwann mal kommen. Hm. Ja, das könnten sie wohl. Ich meine, ich habe auch schon 5 Soldaten. Ja gut, und Leila hatte gerade einige Punkte verloren, wurden dann wohl angegriffen, oder? Rot und blau. Oder Leila. Ähm, ja, das kann, dass sie angegriffen wurden. Ich weiß halt auch nicht, wo die genau sind. Das kann gut sein, dass sie angegriffen wurden. Oder dass sie angegriffen haben und geschlagen wurden vielleicht auch, ne. Also ich bin jetzt da, rechts von ihm ist orange auf jeden Fall. Spiele bei dir ist orange. Schöner. Tek. Lege, Wulom. Prozeche, Malitzar. Etimid Tekton 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 Prostagma Tekton Tekton Prostagma Prostagma Vom Trommel wieder nach oben sein und gelb, pink, links. Es geht nach den Punkten, wie das hier oben ist. Es steht nicht nach dem, wie das in der Nähe von uns ist oder so, wenn du das deswegen meinst. Lege, rutschne Press,erweise hebe und dann die Knoten. Ich bin der Klarer. Einfaches Dürfischer, in der Größe des Ausdoktszyka. Ausdoktschnecken, wie die Unterlagen der Knoten. Die Knoten werden in die Knoten, wie die Böden werden, als Esser nicht die Knoten. Spiele Hino, wie geht's dir gerade? Gestresst. Hino ist richtig fertig mit dem Leben gerade. Was hast du mit dem Leben? Nicht nur mit dem Leben. Hino ist richtig fertig mit dem Leben. Hino ist richtig fertig mit dem Leben. Hino ist richtig fertig mit dem Leben. Das ist nicht gut. Ja, aber so ein Späher, der mir einen Dorfboden anreifen wollte. Nur einen Dorfboden haben ihn getötet. Okay, da über uns ist Pink. Dein Priester läuft da gerade rein. Oh nein. Oh Jesus. Oh, ich habe schon bedanuscht. Ja, wir hätten die Gegner wirklich auswählen müssen, wenn wir keine Wikinger haben. Das wäre, glaube ich, ein Punkt gewesen. Ein valider Punkt, die wir hätte gegenwäsen können. To be honest. Das ist halt reales Spiel so gesehen, ne? Könnte auch gegen echte Gegner passieren, das man sicher hat. Ja, aber ich bin eigentlich... Ich wollte halt mit umgehen. Was? Zeit, scribe ich jetzt. Prostab, nee. Ah, Pink war links bei dir, dann habe ich recht mit meiner Rot und das ist Team Pink-Gelb-Linke, super Hast du gut geraten an ihr? Ja? Vielleicht Turbulenzen? Turbulenzen hast du gesagt, oder? Ja Ok, aber ich denke du kommst klar jetzt? Ja, ja, ja Die Einheiten schon noch genau richtig, deshalb hätte ich ganz schön den Schaden anbrechen können Ähm Ey, Wulome Ich kann Nein, Wulome Nein, Quatsch Prosege Tekton Lege et estu Eti vul malifta Prosege estu Panik Prostagma Prostagma Tekton Lege etimus Prostagma eti Panik Prostagma 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 Wulome Ich nehme an, ob du angriffen worden bist Das war nun ein Bauer, der da reingelaufen ist Weil der hier durch möchte was, was, ähm, Dings machen möchte hier Einen Markt unten bauen Warum? Warum spielst du dich so? Warum? Hättest du angegriffen? Doch mal! Mensch, Chucky. Etimus! Prosteche. Prosteche. Tekton. Etimus. Tekton. Hörn. Wuhhlo mir. Prostechen. Ey, das ist doch so dumm. Wieso krieg ich nur 19 Gold für meine Karawane? Das ist doch so dämlich. Wo, wovor läufst du denn hin? Zu deinem Dorfzentrum. Ja, der Weg ist halt so kurz, ne? Lohnt es ja nicht, dafür zu laufen, du Bionis. Nee. Nee. Ja, der Weg ist halt so. Ich baue gerade einen Anlassdorf, dann kannst du da hinlaufen, Tutsch, dann hast du ein bisschen weiterer Weg auf jeden Fall, ich baue das gerade. Du musst ja nicht zum Haupt, du kannst irgendeins mit auch, ist egal, als welchen. Hä, ich check deine Karawanen nicht. Wieso? Die laufen nicht mehr zu meinem Markt. Hm, jetzt. Jetzt. Mein Manticore willst du töten? Okay, mach ruhig. Ist okay für mich, to be honest. Wenn es nur der Manticore ist. Tekton! Das ist auch wieder so ein, also wie man es teutig hat, wäre es so krass aus, weil die einfach immer alles reinstehen, die einfach nur sterben, instant. Oh mein, ich bin so ein Horst manchmal, ne? Horst gibt es sogar nicht mehr. Hm? Äh, Alex. Ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Horst. Ich bin so. Die ersten Sankt und bald kommen, ja. Die kommen gerade schon. Aber auch Hanni Juske Jinx. Drei, Hanni, drei. Und von jedem verschiedener, aber die haben irgendwie gesehen, dass sie, dass sie, also, ja, okay, es war eine andere Schwierigkeit, nachher, wo ich den gesehen habe, ja, tschö. Ich würde auch mal ins Video aufstellen, da soll ich hier, ich kriege keine Nahrung rein, ich kriege überhaupt keine Nahrung. Ja, Tekton. Tekton, mach Nahrung, genau, Tekton, Nahrung. Tekton, Nahrung, kurva. Ich habe gar nicht Juske Jinx, doch. Drei. Ich kriege aber keine Nahrung, das ist das Problem, also Real Talk ist. Nee. Es. Du könntest auch in der ersten Titan bauen. Ja, Spiele bauen wir in der ersten Titan, let's go. Nee. Tekton heißt das Spiel, nur Tekton. Das wird nichts, Tobias. Fünf sogar. Die gucken gerade eine Feuersiphon an. Warte, fuck. Mann, es ist geliebt. Neun? Was, neun? Dachsen? Nee. Jetzt geht meine Karawand nur noch neun? Frostagma? Warum sind eigentlich deine doch Wunder bei meinem Dorfzentrum? Das könnte ich jetzt aber noch mal zeigen. Wunder, was geht. Fehl nicht mehr, schade. Der eine hat sich bei uns auch für eine Dings geklaut, eine Reliquie. Bitte? Der eine hat sich bei uns eine Reliquie geklaut, der Gelbe. Ich habe den nur an einem Aufwand sehen, wollte ich noch mal einen erinnern, aber der war schon so schnell weg, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Spielt das bei dir gerade auch ab? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, und sonst so? Joa, also eigentlich ganz entspannt. Also ich finde, das ist jetzt auch noch nicht so krass schwer, muss ich zugeben. Jetzt geht's. Die machen mich schon noch ernst, wenn ich gleich nichts zu tun habe, oder? Bruder, was geht. Bin gespannt. Wie sehr die uns gleich den Arsch versorgen wollen mit den Titaren. Heftigst. Aber gut, ich glaube, ich glaube... Die Menschen sind einfach alle Titaren kommen zu uns gelaufen auf einmal und wir so, mhm. Haha, aufgeben. Also, also Weird Talk. Ich finde das voll lustig, wenn das mal passieren würde. Die Titaren einfach im Team spielen würden, nicht gegeneinander, wie es eigentlich geplant ist, sondern einfach im Team kämpfen. Einfach nur gegen uns. Die Gegenspieler, ja. Das wäre mega lustig eigentlich. Die KI erhebt sich. Robert, die KI erhebt sich. Wir wollen die Weltherrschaft. Die Menschen müssen sterben. Wir haben ja so schön den Meteor in die Fresse gehauen. Hm? Wir haben ja so schön den Meteor in die Fresse gehauen. Echt? Habe ich gar nicht mehr bekommen, ne? Ich habe mich abgefuckt. Warum? Ich habe mich zwar angegriffen. Okay. Klar wäre es super lustig. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wir können einfach instant aufgeben und drücken, wenn alle Titanen so umlaufen. Nee. Also, to be honest, also Weird Talk, du mit Isis kannst dich töten. Mit Priestern? Alle Titanen? Ja. Ja, doch. Du musst nur gut anstellen, kannst du die töten. Du mit Isis kannst dich töten. Mit den Griechen, mit den Ägypten, kann man die töten. Safe call. Die Priester töten, killen die. Tja, da heißt es wohl nicht Priester-Spam. Ja, nein, Priester-Spam und halt irgendwas, was da vorne vorsteht, ne? So, ihr fanden die halt gut tanken, zum Beispiel. Stimmt, Freer ist ja sogar egal als Viking, weil der kann den Wolfsbrut am Ende gar nicht haben. Das kann ja nur Loki. Also nur die anderen drei Können, aber Freer kann das gar nicht. Und Freer ist auch nicht im Gegnerteam. Ist das Tor, stimmt. Ja, wo ich drüber halte, weiß ich auch, dass das Tor ist, ja. Kannst du bereit? Genau. Oh, der ist ja auch Chucky, Alter. Ich war heute so warm, ne? Einfach nur ekelhaft heute. Oh, die, John. Komm, komm, komm. Turn the radio on. It's Monday night. Boah, ich will ja komplett raus. Ähm. Alter, holy shit. Rot und gelb. Ist okay. Ist okay, ist okay. Oh, mein Gott, nein. Vor allem, du hast auch schon angewöhnt, ne? Das ist, okay, das ist an dem Punkt ein Problem vielleicht. Ja, äh, äh, äh. Ja, man sollte nicht immer Krieg mit einem führen. Später. Genau. Äh, äh. Äh, brother. Äh, brother. Äh, äh. Äh, äh. Da hast du da gemacht? Deckton, Deckton, Deckton. Deckton, Deckton. Deckton. Neun? Willst du mich flaxen? Was? Warum denn neun Gold, Alter? The fuck? Da wurde doch eben doch schon gesagt, das ist irgendwas, oder sieben gesagt, glaube ich, oder so, ne? Neun, sieben, eben so weit. Immer weniger, äh, äh. Seriously, jetzt mal. I don't get it. Du musst denen längere Wege geben. Ich hab das doch schon umplatziert und alles. Es ist doch jetzt schon deutlich weiter weg als vorher. Es wird immer weniger. Okay, daneben mir hat jetzt auch die, das finde ich nicht ganz so geil gerade. Das macht keinen Spaß. Nein, die laufen zu deinem eigenen Dorfzentrum. Die laufen von der Macht zu deinem eigenen Dorfzentrum. Laufen nicht zu meinem. Die haben natürlich kein Problem. Nein, die laufen daran vorbei. Nein. Doch. Hä? Der hat doch gerade da Gold... Äh? Ja, guck, der eine läuft auf jeden Fall dahin. Guck mal, der, der neun macht, der läuft da zu deinem Dorfzentrum. Hä? Aber wieso laufen die dahin? Ich weiß nicht warum, aber der läuft zu deinem eigenen Dorfzentrum. Make it love, not war. Ja, sag das mal an den Gegner, bitte. Danke. Ja, aber pink läuft bei sich rum, gelb läuft bei sich rum, lila läuft bei sich selber in der Base rum, rot auch und orange bei dir ja auch. Der läuft ja auch nur in der Base rum. Also wenn ihr euch sagen... Start so, ja. Wie sollen die das so machen? Ist ja alles fein. Ist ja alles fein. Ja, warte. Wie viel Dorfzentrum hast du gerade? Zwei. Also drei mit dem, was ich... Also drei insgesamt. Zwei extra und mein Standard. Okay, das heißt, das hier ist noch deins. Hätte ich mit mir nicht kurz was genommen, nämlich deswegen ist das deins. Okay. Ich komme immer noch nicht zur Nahrung, ne? Nein. Tektun, Tektun. Tektun, Tektun. Tektun, Tektun. was machst du hier eigentlich wäre was der frau oder so und ein mädel die sind immer noch von hier bei meinem zentrum ja okay sorry ich wollte das machen die denn alle da habe ich eben schon gesagt dass sie da stehen ja vorhin war es einer oder so ne 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 da eben auch schon so viele überhaupt nicht schön weiß ich nicht ich wollte sie nur dann dass deine ressourcen hier fehlen hat tekton lesje Einmalne Pani Läge Tekton Pani Läge Tekton Tekton Läge Tekton Pani 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 . , Pani 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 Geheimnis Ja, genau. Testo! Kulbe! Testo! Testo! Pansch! Der 2 am Abend. Ver. Das sie auch so viel Schaden machen können, das ist... ...nne Frechheit. Schon wie? Testo. Wurruh mich. Nein. Mal ist er. Die sind ja zu stark für das, was sie... Also jetzt mal ohne Flachs. Wtf. Kannst ja nix gegen die machen. Spino, du Basta! Oh! Danke. Der hat mir meine Schatzkammer geklaut. Der Penner. Oh! Lila geht bei Grau rein, Spino. Das würde aber sie auch angreifen können in dem Punkt, ne? Oh! Fuck this shit! Ja, es ist... Ja, es ist... Wenn die angreifen, wie man es hier sieht... Ja, es ist... 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 Ja... Ja, es ist... Etimos! Fuh! Machen Sie! Es ist... Nein! Es war kein... Dektorn! 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 Und wachst du fuhl und schenken Sie... Nein, 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 er dauert das. So, bis dahin wieder. Spiele WB. Dauert. Die Kindergarten doch an, wie du siehst da oben rechts. Die kämpfen, ne? Hab ich extra eingemarkiert eben. Weil du bist ja doch im Game. Du bist ja, oder nicht? Ja, ich war im Game, ja. Okay. Schönen. Aber dafür ist ja das Grau gleich tot, ne? Ja, du hast eine Vorlacht hatte, ne? Ich überlege, ob ich gerade mal auf Orange gehe und den angreife. Du kleine Hure, Alter. Och, Digga, der elendige Sohn. Oh, das ist so nervig. Das ist das dritte Mal. Vierte Mal. Geht immer schon? Da war eben einmal zweimal ein Ingen. Hör doch auf, lass doch da oben liegen, Ruhe, Alter. Mach du in der Base. Die machen mir jedes Mal alles tot. Irgendwann war direkt zwei untereinander. Oh, wie? Das ist ein scheiß fucking Wikinger, der keinen Glauben hat. Was ist denn jetzt passiert? Das ist das nervige. Dieser scheiß Dreckswind ist das nervige. Nicht das... Geht da? Klima kaputt? Am Ende. Boah, das ist das wirklich die nervigste Fähigkeit, die es gibt, ne? Ja, das, 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 das du mich sagst, war damals besser, wo du das nur einmal machen konntest. Ne, ist natürlich geil, weil du alles öfter machen kannst, natürlich gar nichts. Die Verkündung ist ja nicht. Aber... Oh, Rangschliss ist ein verbesserten Titan, ne? Die haben Weltwunder. Aber hatten die da auch schon, lol. Rangschliss auch bei... Lieder, grau, helfen gerade mal kurz. Äh, bei mir ist gelber Zitan drin, bei mir. Was, bei diesem Zitan? Ja. Äh, ich schicke dir die Priester. Ja, ich glaube, der Punkt ist ja einfach over, ne? Also, bis sie bei dir sind. Ich wollte, dass er doch ein verbessert hat, ist das Problem. Ich meine, er ist ein normaler, nur. Ich ärgere den mal ein bisschen. Ja. Oh mein Gott, das sind da viele. Fenrir. Der Film Bullwinter, der tölt uns halt einfach. Der tölt uns? Der Film Bullwinter da, dieser schrecklich Winter. Der Zauber. Der tölt uns. Also mich auf jeden Fall komplett. Der tölt mir ganz mit dem Wohner, ich hab keinen Wohner mehr, ich krieg keine, ähm... Hast du keine Wohner für mich, hier? Ich will keine Rolle spielen, ich krieg keine Ressourcen mehr, gerade. Es ist, die Stämme aber dir genauso. Ich, das ist ja eben so over. Ja, nur von der Stämme sind aber alle. Ghandi hat auch nicht da weiter... Deine Priester locken die irgendwie weg, ich weiß nicht mehr, wo die gehen. So, ja. Ja, ich bin halt auch immer nur wieder am Aufbauen, die ganzen Sachen. Weil die Sachen alle kaputt sind, ich komm halt nicht mehr davon weg. Das ist das Problem gerade. Ich bin in diesem Schein... Aber der Winter ist das nicht die GKI an sich. Okay, Test. Mal ist das. Mal ist das. Mal ist das. uki. Mal ist das. Mal ist das. Mal ist das. Was ist das? Mal ist das. Mal ist das. Mal ist das. Mal ist das. Ich abgeregt meinen zweiten Titanen halt. Der auch vergrößert Titanen halt, ne? Ich hab nur den normalen Titanen. Das war's für heute. Etimo Tektor Tektor Tos im Alistin Etimo Es doch Tektor 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 T grande jetzt ist glaube ich zu lila gerade wie ich sehe und rot hat zwei titanen auf jeden fall wo wenn lila tut es wäre insane wir haben wir doch nicht ich meine nicht verloren unbedingt direkt na aber ist das ist schon helle gerade das also meiner bin ich persönlich ist eins das ganz schwer macht ist halt der winter mein gedanke auf jeden fall gerade der hat aber auch schon geknackt ja aber warum 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 hat er so weil ich persönlich habe nie also ich habe holz unendlich ich habe keine nahrung der sich weil die kommereien töten alles was ich habe immer und das durchgehend ich krieg komme nicht dazu dass ich irgendwie mal ressourcen habe das ist das problem weswegen weswegen der titan ja auch wenn man mich auch noch kein welchen habe das alles tut dann in der titan ist hier der titan ist hier elefanten gelb kämpft gegen lila ich komme meine kommen darüber aber ich habe nur dass du wissen was und das was ich habe kommt drüber oh mein gott oh nein jetzt zerstören wir dann alles wir werden kuchen müssen dass wir keinen dings dabei haben wir dürfen keinen wikinger dabei haben das ist der punkt glaube ich bei mir ist auch die hinder ich habe es noch nicht gesehen ich habe alles runtergeschickt ja geil ich habe das nicht mit mir dass sie bei mir auch sind ja die überrennen mich auch gerade weil ich zuerst die geschickt habe ja ich habe nicht gesehen dass sie bei mir kommen die gelben da ganz gut ja 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 Es macht ihn. Wir fuhren ihn. Das sind wir schon wieder, oh mein Gott. Das sind wir schon wieder. Hm! Deine Bissit auch! Ach du Scheiße, Alter. Ist doch jetzt nicht jemand ernsthaft. Pieseln soll doch mal von meiner Mauer. Hast du gerade gesagt? Dass ich von meiner Mauer verpieseln. Ach, Digga. Ja, die ganze Kavalerie ist da. Juhu, juhu. Lege. Tros Malista. Jeoros. Lege. Lege. Resident. diseases. Das. and this. skeptical Ne? AST Spielen, du hast Spaß? Nein. Sollen wir ausmachen? Also rausgehen? Hä? Wir kämpfen bis zum Tod. Was? Wir kämpfen bis zum Tod. Okay. An mir sieht es auch gar nicht so dumm aus, wenn wir Rot irgendwie ein bisschen handeln können. Aber der Rote spielt ja auch insane gut, ne? Der nutzt seinen Teleporter, das Shit und so was alles. Oh, ey! Wie? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, was ich eigentlich mache. Das ist so zum Kotzen, ne? Dieser Winter, der macht's kaputt. Ja, der Winter ist, der ist das Problem, der Winter. Wieder nicht gut, gar nicht gut. Ja, dieser Drex für Winter, das ist das. Weil der so oft machen kann, das ist. Das zerfrisst uns hier gerade. Weil wir jedes Mal wieder komplett an den Verfickten einfach geschickt werden dadurch. Für der Rote Titan, also ein Rote Titan ist ein Gelb, einer geht über das Wasser jetzt gerade. Okay. Orangestack hat keinen Titan. Ich glaube, das ist auch gerade eine Play, so die so ein bisschen ineinander kämpfen zu lassen. Und so ein bisschen zu hoffen, dass vielleicht sich denkt, Pinke geht mal auf Lila oder Rot und Rot und Orange genauso. Wahrscheinlich so ein Play. Aber wenn Rot, Gelb weg, Rost. Ne, Gelb weg, war das gar nicht. Der Lila ist ja in den scheiß Winter. Oh, ich bin so ein Vollhorst manchmal, ne? Nein. Was ist passiert? Ja, ich versuche, mich wieder hochzukommen, aber... Da meine Häuser alle zerstört wurden, habe ich gerade mit dem Erfolgskap gezählt und ich kann keine neuen Kamele bauen. Das heißt, ich habe den Zauber gerade komplett gewastet, weil ich hatte ja schon wieder Kamele. Hab ich aber nicht. Hab ich einen Zauber gewastet? Ach, den! 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 Brauchst du noch was anderes? Ähm, ne. Alles gut, aber ja. Die haben mein Tempel zerstört, die Schweinehunde. Äh... Ihr seid so... Ey... Aber egal. Mein ganzes Torwunder in den Feldern sind weg. Weltwunder, Osforos und Arid und Titanenvorte. Ok... 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 der bliebige titan kommt zu mir und ich baue den gerade erst noch meinen zweiten titan das der winter der ist so insane dieser dreckswinter das ist also ich glaube wir hätten eine chance das zu gewinnen kampf hier wenn der wird er nicht mehr also wenn du was kannst du willst du noch ein rp mehr cool danke danke bruder also wenn du was mir schicken kann es mir sehr cool wenn du was was zufällig wenn ich dann auch nicht schlimm Oh! Das ist doch verarscht, Digga. Also jetzt war Realtalk. Ich glaube an dem Punkt ist das Realtalk over. Das ist doch schief. Das ist doch schief. Das ist doch schief. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Tannis dead, ne? Hm? Tannis jetzt dead, ne? Ja. Jetzt will ich mal den anderen zurück. Danke. Ja, von wegen. Hm. Wie soll ich mir das wieder aufbauen würde? Ohne Bauern so? Ich habe jede Menge Fickstötzel. Was? Diese elendigen, dreckigen, stinkenden. Ja. Dieser verdammten Dreckswinter. Es ist halt, es ist halt wirklich förmlich unmöglich. Also, was heißt unmöglich, konnten wir jetzt immer noch gewinnen, aber es ist extrem schwierig, oder? Wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Ja. Und ich habe, ich bin, ich mache jetzt was und ich glaube auch, dass wir auch fast die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben. Ich gehe jetzt in die Offensive. Und nicht gegen Pink, sondern gegen Lila. Gegen Lila, gegen den, der uns in die Hilfe schickt. Der muss sterben. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben, irgendwie da noch, ähm... Ja, irgendwie hier noch was zu machen. Ähm, willst du gleich mit in die Offensive gehen? Ich glaube, dass einer von uns hier bleibt, wir ihn nur angeschneiden. Okay. Weil ich werde meine Soldaten auch wegschicken. Oh mein Gott, wir haben von so einem Gespräch. Weil ich werde meine Soldaten auch mit hochschicken, weil wir müssen eine Offensive jetzt mal haben. Ich werde die gleich nämlich rübertransportieren mit dem Durchgang. Die Amor Schäme machen. Die Amor Schäme, ja. So, wir kommen am besten durch, ohne den Titanen zu kämpfen. Wir können hierher laufen. 800 halt, ne? Ja, ihr Scheißstiffe geht doch weg, lass mich in Ruhe, ey. Hm? Oh, fuck. Ja, dann, warte. Bei mir ist Elina jetzt wieder. Alles für dich, schön, bei mir ist Elina jetzt. Was? Ja, dann, warte. Yeah? Geht! Was? Ich schicke, oh mein Gott, nein, 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 Drieslar, Drieslar, nein, 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 nein. Bei mir stehen auch Priesen bei meinem Tor, schon immer noch Priesen Lila kämpft gegen gelb Pisan, ich gehe in rot gegen gelb und ich gehe jetzt in rot-lila rein derzeit Leck mich doch an meinem fetten Arschalter Ja Ja So eine Paksch Oh nein Was passiert? Lila ist hier Halte durch Geht schon, geht schon, geht schon, geht nicht offensiver, das geht schon Ich bin der offensiver Spino, ich mach mir das Wettbewerb kaputt, das dem die dann gerade Ich kann die nicht mehr so oft einsetzen, die Chefsfähigkeit Oh nein, oh nein, nicht meinen Markplatz So, vielleicht wurde das kaputt bei diesem dreckigen Banner Ja Okay, warte Ne, 800 kostet, shit, ich bin 800 So, geht Attacke lassen Ich heil euch Ja, Schock, klar Oh Gott Ein Griff Aller Mann Wir haben die letzte Truffensive aus Die letzte Truffensive Was? Die letzte Truffensive Ich gehe jetzt zu defensiver Ihr werdet jetzt richtig genommen von mir, Alter, ihr werdet jetzt so richtig in dem... Boah, euch scheiß, ihr seid mir scheißegal gerade, ganz ehrlich. Macht, was ihr wollt, von jetzt sterbt ihr. Ey, Lida, du hast nicht anders verdient, dass du stirbst gerade, ne? Du hast nicht anders verdient. Also Lida ist so gut wie dem Erdmung gleich gemacht. Ist gut. Aber ich bin da noch drin, ne? Oh mein. So, ich meine, ich habe nicht meinen Plan, trotzdem, ist mir jetzt alles egal gerade. Würd ich mich aufwohnen, ist okay für mich, ist okay. Für mich ist es okay. Ja, nein, ich... Ich mach deinen, ist dein letzter Wimpel, der Merk, der Merk, der Merk, der Merk, der Merk, der Merk! Wir werden nicht mehr kriegen, mein Freund. Dein letztes Aufbäumen ist das. Ja, natürlich stimmt die Dörfer wohl noch, aber leck mich doch. Sechs Priester schießen, auf denen du immer lebt hast. Pariert das ihr und pariert das. Das darf nicht kaputt gehen. Königst du, du brauchst mir noch eine Statue. Ich muss meine Gunst generieren wieder. Die Kaserne ist auch wieder im Arsch. Ich brauche eine neue Kaserne. Die Ruskämmer arbeitet daran. Ihr arbeitet daran. Auch hier mit Verteidigung. Das heißt, die Untätigen ziehen wir jetzt eine Mauer. Noch mal extra von hier. Können wir es nicht leisten. So eine Scheiße. Was brauchst du, Spino? Du sagst, du wirst uns nicht leisten. Was brauchst du? Die die Ägypten sind immer brauchen eigentlich. Wie viel brauchst du? So viel du mir geben kannst. Ich habe dir erstmal 5000 gegeben. Ich danke. Du brauchst das jetzt bitte. Du gehst darüber. Du gehst auch darüber. Nur für den Fall, dass du noch Titanen kommst. Ihr kümmert euch jetzt darum, dass ihr mein Dorfzentrum da wieder aufbaut. Ich brauche nämlich Zeit. Boah, ich habe keine Bock mehr, ob ihr jetzt auf den Sack geht weg. Verpisst euch. Du pflanzt da ein Dorfzentrum wieder hin. Dein Pharao, wenn du den suchst, der ist da. Bei meinem Dorfzentrum da drüben ist. Was ist denn da? Weiß ich nicht. Falls du mir gerade gesehen hast. Falls du den suchen solltest. Ich habe gerade andere Priorität als mein Pharao. Aber gut, so was wo ist. Der Pinke hat seinen zweiten Titanen. Okay. Zweiten, ne? Der andere ist ja tot. Oh nein, 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 scheiße. Angriff. Nein, 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 nein der dir hilft. Und ich will dann orange reinlaufen. Ich laufe oben bisschen rot rein. Weil rot läuft gerade in gelb rein, dann kann ich da jetzt in rot reinlaufen. Bei einem Priestall, ne? Wer? Der Gegner. Ach du meinst der orange, meinst jetzt? Ja. Ja, ist okay. Gitarren. Gitarren. Wo? Der kommt direkt aus meinem Wankau. Oh, die haben ein offensives Dings weggemacht. Das ist Shit. Das finde ich gar nicht so gut gerade. Was macht man hier heute? Aber geht nicht auf den Kiss. Was ist denn mit Ernstfall? Was ist denn mit Ernstfall? Was ist denn mit Ernstfall? Wenn es nicht so gut geht? Was ist denn mit Ernstfall? Denkst du nicht? Ich bin mit Ernstfall. Ich bin mit Ernstfall. Der Pinke läuft in Rot rein, wenn ich in Rot bin. Okay, 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 okay. Vielleicht ein Kampf hier in Pink auf Rot, okay. Ich weiß. Ist mir gerade relativ wumpe, Tobias, der hat dir geholfen da oben. Das gleiche ich mir. Ich glaube, man sitzt den Markt. Man, ich will dieses Weltwunder fertig kriegen, Alter. So, ihr läuft zu Chucky. Und ich nehme mich genau da hin. So, alle rein da. Ihr auch da. Ihr auch da. So, jetzt gehen wir hier raus, weil die Pink ist ja drin. Nein, 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 raus da, habe ich dir gesagt. Ihr kämpft. Der Stamm muss raus da. Weil dann kann Pink sich da um die Roten nur von mir aus. Ist mir egal, wer den tötet am Ende. Sonst läufst du auch da über die scheiß Mauer. Was ist los mit dir? Weil du darfst jetzt einfach noch orange gehen. Lass den Picking da in Ohr. Ist mir egal. Lass Pink da Pink sein. Ich will nicht gegen den Picking kämpfen. Der Belaugungselefanten zerstören seinen Markt. Dafür kommt hier einer dazu. Und ich produziere noch zwei weitere. Mehr Töni. Das ist ein anderer. Der baut ja dann... Der baut ja einen Markt auf. Ernsthaft? Ja, komm, kill den mal. Deiner abdrehen. Jetzt zerstört den Markt. Nein, 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 nein. Lass mich nicht von denen aufspalten. Bleib hier. Neu titan bei Rot. Ja, aber Pink ist da in Rot drin. Ich habe ja Rot einmal angeschwächt und dann ist Pink reinkommen. Ich bin jetzt aus Pink raus. Äh, aus Rot raus. Weil Pink ist da ja drin. Die kämpfen jetzt. Und ich gehe jetzt dann nach Orange. Schwimmen beim Titern. Damit die die nicht mehr auf den Sack gehen. Damit du dich ein bisschen aufbauen kannst. Vernünftig. Weil Lila ist ja jetzt eigentlich tot. Ja, genau. Lila ist down. Ich habe hier oben ein paar Dopsin geschnackt. Wegen Limit und so. 1.200 Kosten jetzt, ne? Du hast Weltwunder. Sehr cool. Reparier das mal. Die haben das nicht repariert. Das ist Weltwunder. Was habe ich die repariert? Das Weltwunder ist kaputt. Also angeknackt, weil die angefangen haben. Wahrscheinlich musst du reparieren noch. Ich kann nicht. Das lässt mich nicht. Das ist ein scheiß Fönix. Ich kotze im Strahlen. Oh mein Gott. Und da sind die Gegner. Oh mein Gott. ... ... ... Ich kann selber noch nicht reparieren, spackt Du hast ja unten diese Reihe Und dann nimmst du das letzte Reihe Das vierte Das vierte von links Das vierte, also unterste Reihe Und das vierte von links Das ist so ein Hammer Den klickst du an Dann klickst du auf das Auf das letzte Wunder drauf Und der neue Titan Ach du scheiße Ich brauche ein bisschen mehr Gunst als das Freund Wir machen es trotzdem nicht, Jockey Okay, wenn das einfach nicht Wenn das kaputt war, geht das vielleicht nie mehr Ist ja nicht kaputt Ja, aber da bin es angekommen Wo dann geht es nicht mehr wieder heile Das kann ich nicht sagen Oh mein Gott, lass mich doch mal in Ruhe Blöden Orangenen Pisser So jetzt Äh, jetzt fragt es mir Offensive Okay, Rot hat den Pinken bei sich rausgegeben Du hast doch Gold übrig Äh, ein tausend Also ich kenne gerade nicht Weil ich wohl selber Ressorten brauchen Ich mache halt auch gar keine Ich habe gar keine Karawanen mehr Ich werde mal gestorben Irgendwann auch kürtig zu machen Ich kann dir gerade leider Kein Gold geben Warte Kann ich dir wohl Warte kurz Ich habe über 70.000 Holzrad gehabt Wie viel brauchst du? Kein Ahnung Ein bisschen was Einfach nur, was ich dir aufbauen kann Ich gehe gerade in Dings rein Das, äh, Orangenstein ist noch ein Titan, ne? Ah, der geht gerade weg Okay, cool, cool Der geht weg, das ist gut Wie brauche ich? 1200, okay 1200 kriege ich vielleicht hin Bei Orangkir zu dem roten Titan Das ist geiler Wenn wir miteinander kämpfen Das ist gut Ich meinte, das sei ja irgendwie gefallen Ey, spielen wir halt uns ganz gut Ja, das heißt gut Ist natürlich übertrieben, aber Akzeptabel, I guess Ja, genau Das würde ich auch sagen Ich meine, ich habe auch drei Titanen schon gehabt, ne? Ich meine, ich meine vierten Ich meine, ich meine vierte Runde ist ja insane, oder? Also, aber Aber ich finde es sehr positiv, gerade Ich finde die sehr geil, die Runde gerade 1201, 1201 Gunst 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 Das ist nämlich auch meine Das kürzt auf der nicht bald, ne? Ja, du machst die Orange jetzt richtig nirüber Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön Der Bastard, der stirbt Und der orangenen Titan hat den roten Titan getötet, I guess Ich habe mich noch ein Dorfzentrum, da oben Okay, okay Pick an Titan Ja, ist einfach nur einer, dann geht's eigentlich Äh, Titan, da Bitte komm raus, danke Alter, was für ein Titan-Match einfach, ne? Ich muss meinen Titan-Ball von dir wegziehen, weil ich glaube, ich kann den gleich gebrauchen, wenn der Pinke zu mir kommt So, das da oben holen wir uns, dann können wir uns ein... Boah, können wir da reinlaufen? Können die Kürze auch nutzen? Nein, nein, können die nicht Die kann nur ich oder meine Mates natürlich nutzen Die Gegner können die nicht Und so, das ist jetzt auch... Ja, der Torbarnier ist kaputt, ne? Was? Der Torbarnier ist kaputt Äh, ja, aber ich kann das neu bauen Boah, willst du ihn jetzt machen? Ich würde den Paprika rüber schicken Oh lol, der ist da, ja Äh, steht wieder Als ich will, ist ... Ja Och вот ... Verschaffung 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 Also versucht jetzt zu einer Art irriterung Ancient fuh Verschaffung Verschaffung Ann Agric employers Verschaffung Syster du solltest dann kommt zu dir spielen was jetzt dann kommt zu dir doch ich glaube hinterher aber schon dumm zu deinen fuß auch hinterfügigst du auch da hinterher es kostet 1600 ok dann wieder das geld da ist ein bisschen doof gerade aber sonst ruhig machen okay die sind alle besiegt sehr schön also du dich natürlich aber sonst ja pink orange star orange formieren verstreut über mein gott dass ich gerade noch irgendwie hinbekommen ich habe mich aber auch da oben hätte da fünf doof sender da oben gab die ganze zeit okay nice diese stunde jetzt aber ist okay ich wollte die eis und um ich müssen doch ein bisschen kapazität bekommen titan hier schicke ich jetzt rot hoch zu rot las rot doch vergebete gerade rein was noch pink gehen würde ich sagen oder nicht ja das ja ja ich kann ja auch meinen nein ich würde ich ja nur bei rot wird ja durch gelb jetzt gleich die generale rüber gerade mir ist es egal so sieht selber aus ich wollte gerade die schickste schicksalte 70.000 jane ist klar wenn du was ich wollte die verwässerung meinem tempel dass man alle sieht wo die alle sind 78.000 kostet gold das wäre auch echt kacke wenn die gegner die es können ja das wäre richtig dumm aber es geht halt zum glück nicht dementsprechend ne ich würde glaube ich gerne darauf warten dass ich noch mal 1600 hab und titan pink kommt glaube ich selbst zu dir wieder aber ich halte dem schon mal so ein bisschen auf wo ich eigentlich so geil finde dass er dir aufhält muss ich zugeben also nicht weil er gegen die kämpfe sondern weil ich würde eigentlich lieber dem mit dem gebäude besiegen als gegner schein hätten 4 Das war's für heute. der pinke ist da, der orange ist da meine ich, der pinke ist da, der pinke war die frage war der pinke im titan? ich glaube wir haben noch vorbeigesprochen ja, du wolltest immer rot rein, ich habe gesagt nein, das war vielleicht dumm von mir, das zu sagen ich glaube so, sorry oh, rot kommt hast du bei dir noch verteidigung stehen? ne nur das portal sonst notfalls wo ist denn der eingang bei dir? da ich stehe es nicht da hä, komm hier die Hälfte der Einheiten zurückziehen so, ihr Angriff ah lol, was machst du mit deinen Zahn und deine Phoenixe sind da hier Defensivstellung boah, aber ins insane, dass wir da noch so rumgekommen sind hier Verlagerung der Elefanten hier fokusset dich auf das da Titan, du machst einfach dein Ding wer meint, Titan soll jetzt nicht das Wettbewerb ist der Stönder die Töter der Stöter das ist der Wettbewerb ist der Wettbewerb zur Eier das ist der Wettbewerb Soll ich die Mauern angreifen? Ja, das ist so zu nervig, ne? Vor die Mauern, wo die durchlaufen können, schon, ne? Ja, wenn die nicht durchlaufen können, verstehe ich das ja. Aber so... Der hat gerade? Hatte, ja. Achso, ich habe auch vier. Crank. Ich mach das heute gleich den 5. gleich schon. Der ist raus. ich war da und noch den rest lasst aber diesen scheiß als im bauner übernehmen so jetzt können wir demnächst getan bauen alle drauf jetzt kommt viel spaß der pinke ja ich brauche meinen fünften gerade rot ist bei dir das gesehen bekommen wegen dings weil ich meine meine wachen daher stehen somit wir haben in der grünen nach oben gelb hier armee der finsternis ne der ahnen schatten schlangen alle drauf da verteidigt die basis das spiel das ist das noch was denn ich habe dass wir das hingebogen haben also sie waren zitern nein 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 ich bin sicher warum das ist angekommen das ist das schlimmste reine hier attaquiert den priester aus dem hintergrund angreifen jacky kannst du mal deine geister darauf schicken wo drauf die geister des hardes hier bei mir die haben dort z auf der will ja habe ich abhängigst attacke bei der titan angriff abhängigst ja das hat er getan jetzt bin ich echt sehr mich so aus für euch aus ja aber vor allem halb ich glaube vor allem wie den schatz winter auch gesagt ich weiß aber der winter der hat uns das zu vermisst einfach alles nach wenn der nicht gewesen wäre ich jetzt so viel einfacher für uns geworden wir sagen hier mag das aufbauen hier allesamt hoch zu rot wird jetzt gehen ja okay ich hatte zweite tafel und zu rot ja mein zweites an der und steht da kommt auch mit denken denken spielen denken 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 genau die worte im markt das müsst ihr auch schnell machen da kann ich nirgends essen umtauschen kann ich mich bei mir ein bisschen essen gold meine ich jetzt kann ich wieder mehr elefanten bauen die elefanten bringen mir nichts ich brauchte das gold für ein neues dorfzentrum und dasselbe spiel mache ich mit euch hier vorne ihr pflanzt mir also steht noch ein dorfzentrum das dorfzentrum ist noch enttakt dann geht immer darüber pflanzt mir damals dorfzentrum hin wo ist der titan gerade durchs wasser weil der titan ist stehen geblieben was der titan ist stehen geblieben oder Oh, der rote kommt dazu. Ja. Ich schicke dir die Phoenix drüber. Boah, Alter, insane. Elefanten, ihr fokussiert auf die Gebäude. Schlangen. Das unterstützt krass, dass da kein Damage abrichten. Der Coulon ist nicht abgelaufen, dann kriegt er nochmal richtig an auf den Sack. So, jetzt geht's nämlich nochmal richtig in die Fresse. So, ihr allesamt geht auf die Gebäude. Junkie, hier stehen noch ganz viele Märkte. Wo stehen Märkte? Ich kann's nicht mehr kennen. Ja, da. Wo? Oh, wir sind auf dem Marker. Ich seh keine Marker. Da. Ich hab's noch nicht durch Marker gesehen, aber ich hab's so gesehen. Boah, Alter. ich hätte eine weitere meteoritenhagen mein roter freund nicht so gut komisch komisch ich habe ihn zerstört Weltwohner zerstört. Nice. All right, let's go. ja wisst ihr was das heißt und das hat mich für euch aus ja voll aber wie ihr euch wieder nach vorne gehauen habt unglaublich heftig ja 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 diese runde solltest du rauskutten aus dem stream und hochladen einfach ins seiten was stimme ich henni sogar zu ja das ist eine geile runde also das war erheblich war das aber einfach auch so ein also sie gegen ja das ist ein deck legendärer was ääätτιμος Was ist das? Was ist das? Aber kann man ja an sich, also was kann man ja an sich machen, ne? Wenn ich das kenne. Nur mal als Special-Folge, aber ich hatte die Frage, wie lange es geht. Das hat doch eine lange Folge, Hanni, ne? Nein, schon 38. Hm? Eine schon 38. Wird ein langes Video, Hanni, ne? Entschuldigung, hier oben rechts, woher ich bin. Okay, Nidaros ist raus. Tarsos lebt immer noch. Der Gelbe. Ja, der sieht dann hier noch seine Schiffe da. Ach, lol. Okay. Warte mal, ich kann ja hier nochmal. Stimmt, ein Hafen hab ich gar nicht gedacht. Lol. Ich war so die ganze Zeit auf das Abwehren fokussiert. Hör, dann wirklich, es ist sogar ein... ähm... Goldinsel. Goldinsel? Ne, ganz mittig. Ach so. Ach so. Haben wir nicht. Hä, ich schick das nicht. Sie geht ja noch. Äh, Schiffe. Wollen? Äh, da. Und da. Und da. Und da. Und da. Alles egal, das muss die Welt gesendet sehen. Einfach gesondert sehen. Meinst du? Wo lebt er denn jetzt noch? Da, wo meine beiden Titanen sind, da leben noch die Schiffe. Deine Titanen sind? Im Wasser. Aber ich kämpfe gerade gegen die Schiffe, weil sie werden die sofort töten. Jetzt. Ja, das ist noch ein Kakinus. Ich muss Karten getrennt werden und dann aufdecken, also wenn die Mitte nur noch schwarz ist. Nee, also wir decken die gemeinsam auf, aber ich habe ja dieses Erforsch im Tempel, das ich ja alles sehe sozusagen, dementsprechend sehe ich halt am Ende alles sozusagen, aber Spino hat es da nicht erforscht, gehe ich von aus, deswegen würde ich das nicht gesehen haben. Nee, vom Ende, oder? Ja, deswegen sieht er es da nicht, aber sonst, also dieses, was wir so durchsehen, das sehen wir immer von uns beiden, ja, ja. Ich dachte, ja, machen wir auch, ja, klar, Spino stimmte mir da ja auch gerade zu und das musste ja was heißen. G, fucking G. Alter, G, G, Spino. Junge, 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 die das überlebt haben. Also, Retro-Spiel vor allem an dich, dass du das noch durchgezogen hast, dafür, dass du, ähm, ja, auch nicht so die Erfahrungen in solchen Games hast und so, also insane. Ja, höchste Punkt der 227.000 Bot, größte Armee in Bot, ich habe meist, wie es noch Let's Go, meist Ruhstuhl in Bot, meist Tötung in Bot, meist Reliquien in Bot, meist Tote in Bot, meist Titane in, also Titane in 6a in Bot. Alter. Bot, das hat 6 Titane gekillt, aber das waren nicht unsere, ne? Obwohl ich hatte, also zum Ende hatte ich 3, ich hatte, ich glaube, wie viel? Ja, bei Tarsus war der Gelbe, der hätte nicht unsere Titane gekillt. Nee, ich hatte, ich hatte, ich hatte 5, ich hatte 5 Titane in der Endeffekte, ja. Warte mal gucken, ja. Äh, Zeitleiste. Alter, guck ich mir die Zeitleiste an, holy shit. Das lag, wenn ich da draufklicke. War so intentionär, ja, insane, war richtig, richtig nice. Statistiken. Ja, okay, die, äh, ja, Ressourcen, Alter. Da war ich ja sowas von hinten hin, da, holy shit. Aber ich habe Tributansend, ich habe 12.000 Ressourcen, die gesendet, Spino. 115 Dorfwohner, let's go, was? Dagellier. Ey, bekannt, kein Ding. Wir gewinnen und verlieren Team, Spino, wenn dann. Ja, größte Armee. Getötete, Alter, 1092, Alter, ich habe 1050 getötet, holy shit. Alter. Ich habe 71 Elitobliden, Alter. Technologie. Ja, aber, to be honest, 3,29, also 1,19 in der ersten Zeit, Alter, holy shit. 1150, ja, da war ich ja doch, ja. Und 31, weil vierte war das, ja, wo ich ja so gefüsse zwischendurch. Aber 73, äh, mehr Entwicklungen, let's go. Wir reliquieren. Ey, wie soll ich denn mal? Bei Höhepunktes stand ich doch reliquieren, weil, weil doch ein Bot mehr, der Elf hat. Aber das so zum Ende zählt wahrscheinlich, weil dir alle die ganzen Tempel zerstört wurden, deswegen haben die keine mehr. Ja, okay. 12 Versiedlungen. Und du hast 48 Quote, oh Gott, das könnte ich mir. Ne, 230. Loll, der Tarzan, das hat auch, ach, wie siehle, ich hab mich verboten lesen, ich hatte bisher mit 48, sorry, du hast 32. Hab ich auch mit 38, das ist ja auch, 32 ist halt insane, ne? Oh shit. Und du hast 45, ähm, Priester. Ne, der war die Titanen zerstört, die Dinger, ne? Ja. Die Titanen schredderer, Alter. Also, ich bin ja, also, ich bin ja kein Fan von solchen Games, aber hab, hab ich mitgeben, wie man, und das von dir, Hanni, das muss das heißen. Alter, insane Runde. Boah, guck dir mal die Map an, ne, wie die aussieht, Alter. Dauer 24 Minuten 52, das ist aber Cap. War das 24 Minuten? Der sagt mir gerade, letztes Spiel Mittelmeer, 24, 52. Ne, du hast ja nicht mitgespielt, ne? War das nicht Spaß. Ähm, es zählt deswegen, ähm, ja, ne, das war ja viel früher, ne, das war ja, ja. Ah, ich muss sagen, ich fand das halt auch krass, ich hab zwischenzeitlich wirklich jedes Dorfzentrum verloren, ne? Und auch, dass wir, dass wir uns gegen die Wölfe noch durchgesetzt haben, die immer und immer und immer wieder kamen, diese Scheißviecher. Hey, ich glaub, dieser Punkt, wo ich ja gesagt hab, es geht mir nach Lila, die hatte viel früher Kommissen, glaub ich. Ich glaub, das war der Fehler, den wir gemacht haben, wir hätten viel früher in die Tarn nehmen müssen, durchs Wasserlaufen da einfach hochlaufen. Weil der Salina einfach mal ne, ne, ne Dämpfer bekommt, ne Weltwunder muss weg, damit der nicht mehr, äh, das machen kann, so weißt du? Ich glaub, das wäre viel früher ein Punkt. Ich hab mich anfangs einfach mit dem Vertrauen mit dem Gegner. Ich hab gedacht, dass das ein anderer das war, aber das war mein Fade. Oh, jetzt spielen wir nicht echt, und der Winter, der, das war nervig, ja, der war richtig. Wenn dieser Stream wegkommt, dann bin ich hart angepisst. Also, also, to be honest, wenn der Winter nicht gewesen wäre, ich glaub, wir wären schon noch viel früher mit dem fertig geworden, glaub ich. Der Winter, der hat uns ja, uns beide, hab, aber kann man so, wie viel Dorfwunder wir verloren haben? Ne, man kann nur sehen, aber man kann sehen, äh, wie viele Dorfwunder das gespielt haben. Also, ich kann's dir bei mir sogar sagen, ich hab mitgezählt. Äh, ich hab einmal 70 verloren, dann hab ich einmal 60 verloren, dann hab ich einmal 90 verloren. Und dann hab ich, glaub ich, noch einmal 20 verloren. Da waren alle Einheiten gerade auf meinem Dorfzentrum zufällig, oder da konnten die Verteidiger, wir hatten nur 20 verloren. Also, ich hab über 200 Einheiten, äh, Dorfwunder verloren. Also, man kann, man kann sehen, bei dem Gegner, dem Loki, der hat 1116 Dorfwunder getötet. Und davon sind locker 600 nur von uns beiden. Locker. Und dann die anderen von der anderen Botzeit, von der Botzeit noch, ne? Das war halt insane. Hat er, ah, er wandert auch, er wandert aber nur 88 Wölfe, das passt aber nicht. Das ist, das passt nicht? Das ist nur 88 Wölfe, und auf den ganzen Welt? Bei den ganzen Gegnern, nee, das macht keinen Sinn. Genau, bei den ganzen Gegnern, also ich mein, ich hatte ja selber nur schon 30 für einen Winter gehabt. Ja, 30 jetzt, ich unbedingt, also 20 bestimmt. Ja, aber wenn, wieso, vier Dorfzentren, A Dorfzentren, sagen wir mal so, sieben bis acht. Sagen wir mal sieben, also 47, 14, 28. Also 30 sind nicht, also klar ist nicht 30, aber, na, es waren ja locker sieben Wölfe pro Dorfzentren. Und plus, dass du so was ja vor mir noch war, da war ja noch eins, was ich nicht eingenommen hatte. Das poliziert ja keine Wölfe. Doch, doch. Da sind die gespawnt, kannst du, wenn du, wenn, wenn. Warst du dabei, das einzunehmen? Nein. Meine Einheit stand immer dahinter, also die stand immer dahinter, und die wurden immer von hinten sozusagen angegriffen, von den Wölfen, die von hinter denen kamen, von Dorfzentren, was nicht mir eben gehörte. Die Dörfsbauen bei jedem Dorfzentrum. Wahrscheinlich brauchen wir kurz eine Pause. Ich bin gleich zurück. Ja, kein Ding. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ach, da, in seine Runde. Ja, aber wenn das gewünscht wird, gewünscht, wenn das gewünscht wird, dann natürlich wird die Runde natürlich dann mal hochgeladen. Ich muss gucken, wann ich das, wie ich das dann mal schon, also, runterlade und dann sozusagen nur noch die, nur die Runde rausgatte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020